Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein Athlete Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist die 100 Meter Hürdensprinterin Ricarda Lobe. Mit einer Bestzeit von 12,90 Sekunden, 5 Goldmedaillen bei deutschen Meisterschaften und dem 5. Platz bei den Europameisterschaften 2018 in Berlin gehört Ricarda zu Deutschlands besten Kurzhürdensprinterin. Wir haben uns im Interview darüber unterhalten, wie sie sich auf wichtige Wettkämpfe einstimmt und wie es ist, zusammen mit so starken Trainingspartnerinnen wie Elisa Meier, Nadine Gonska und Hanna Mergenthaler trainieren zu können. Wenn du den Mein Athlete Leichtathletik Podcast unterstützen möchtest, kannst du das auf verschiedenen Wegen machen. Erzähle deinen Freunden, dass es den Podcast gibt oder teile die neueste Folge über eine Instagram-Story, deinen Twitter-Account oder bei Facebook. Und falls du den Podcast über Apple Podcast hörst, würde ich mich riesig über eine Bewertung und einen kurzen Text freuen. So erfahren auch andere Leichtathleten, dass es den Mein Athlete Podcast gibt. Und falls du Wünsche oder Ideen für eine Folge hast, schreib mir einfach. Du findest den Podcast bei Instagram und den meisten anderen sozialen Netzwerken sowie unter www.meinathlet.de. Vielen Dank und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge. In diesem Heimstadion, sag ich mal, zu stehen, vor diesem Publikum, vor dieser Stimmung rennen zu dürfen und das Ganze so aufzusaugen und da dann auch wirklich seine beste Leistung abzurufen, das war so was ganz Besonderes. Mein Athlete, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurter Main. Herzlich willkommen, Ricarda. Hallo. Wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen? Ja, das war bei mir eigentlich so typischerweise so ein bisschen durch eine Freundin in der Grundschule oder auch, ja doch in der Grundschule war es mit sieben, dass sie einfach gesagt hat, ich nehme dich mal mit. Und ja, dann hat es angefangen, dass ich da regelmäßig zum Training gegangen bin und auch den Spaß daran hatte. Ist die Freundin heute noch mit dabei? Nee, das nicht mehr. Die hat dann auch sogar relativ schnell nach mir schon aufgehört. Ja, aber gut, so trennen sich dann die Wege wieder oder führen auch wieder zusammen. Und für dich war es ein Riesenglücksfall, dass sie gesagt hat, komm doch einfach mal mit. Genau, genau. Und was hast du dann am Anfang in der Leichtathletik gemacht? Also man fängt ja so allgemein an mit allen möglichen Disziplinen, die es eben so gibt. Und irgendwann wurde es dann einfach immer spezifischer, beziehungsweise dann hat sich herausgestellt, dass zum Beispiel bei mir jetzt die Stärken eher im Sprintbereich lagen. Und dadurch spezialisiert man sich irgendwo dann in eine bestimmte Richtung. Bei vielen meiner Gäste ist es so, dass sie tatsächlich vor ihrer Zeit in der Leichtathletik, auch wenn sie früh angefangen haben, auch schon andere Sportarten gemacht hatten. War das bei dir auch der Fall oder war die Leichtathletik der erste Sport, den du tatsächlich mal im Verein ausgeübt hast? Nee, angefangen hat es bei mir tatsächlich mit Touren, dass ich ja über einen Tourenverein, sage ich mal, sehr viel gemacht habe. Wobei man da ja am Anfang auch sehr spielerisch alles macht und noch gar nicht so Leistungstouren. Und das habe ich dann aber auch wirklich bis, ich glaube, 15, 16 habe ich das gemacht nebenher mit dem Touren. Also über wirklich acht Jahre dann im Prinzip die beiden Sportarten parallel betrieben. Würdest du sagen, dass dir das Touren auch in der Leichtathletik einen gewissen Vorteil gegeben hat? Dass du irgendwas da rausziehen konntest aus der Beweglichkeit oder? Ja, ich glaube schon gerade so Beweglichkeit oder auch überhaupt diese komplexen Übungen, die ich einfach ein bisschen einfacher vielleicht ausführen konnte jetzt dadurch. Weil das einfach im Touren auch sehr, sehr ähnlich ist. Da bestimmte Bewegungsabläufe sehr komplex gestaltet sind, die dann auch irgendwo eine Parallele zur Leichtathletik haben. Der einzige Nachteil, den ich auch wirklich bis heute noch daraus ziehe, ist meine Fußspitze, sage ich mal, die einfach beim Touren ja gestreckt sein muss. Und das habe ich wirklich ja jahrelang dort so eingeblickt bekommen, dass die jetzt leider immer noch in der Leichtathletik auch manchmal hängt. Okay. Sozusagen und aber in der Leichtathletik ja wiederum angezogen sein muss, einfach für einen besseren Fußabdruck am Boden. Und wir immer wieder bei Bewegungsabläufen, gerade bei Videoanalysen sehen, dass bei mir diese Fußspitze einfach hängt. Kommt die Tournerin wieder durch. Und gab es einen Schlüsselmoment, bei dem du dann gesagt hast oder nachdem du gesagt hast, okay, ich konzentriere mich jetzt voll und ganz auf die Leichtathletik und höre mit dem Touren auf? Weil ich könnte mir vorstellen, du wirst ja dann auch acht, neun, zehn Jahre im Tourenverein gewesen sein. Und dann ist es ja auch nicht so einfach zu sagen, okay, hiermit höre ich jetzt auf und konzentriere mich auf den anderen Sport. Gab es da einen bestimmten Moment? Ach, es hat sich eigentlich schon einfach gezeigt, dass natürlich in der Leichtathletik mein Talent einfach ein bisschen größer ausgeprägt war oder auch allgemein die Erfolge in den Wettkämpfen mehr da waren als jetzt im Touren. Und Touren mehr so das Allgemeine und so das Hobbymäßige war als jetzt die Leichtathletik. Dadurch war dann einfach irgendwann klar, okay, jetzt muss ich mich für eine Sache entscheiden, weil es einfach aufgrund des Trainingspensums sonst einfach nicht mehr machbar ist parallel. Und dann war das einfach die Leichtathletik, die aufgrund mehrerer Faktoren wie eben die Erfolge, aber halt auch der Spaß, der einfach mit der Trainingsgruppe da war, dann dazu entschieden haben, dass ich bei der Leichtathletik bleibe. Was macht für dich heute der Hürdensprint zu etwas Besonderem? Das ist eigentlich tatsächlich so ein bisschen die Kombination aus Schnelligkeit und aber auch Technik, dass da einfach super viel dazugehört, dass es nicht nur die Hürde überqueren ist, sondern auch der Sprint zwischen den Hürden. Und dass einfach doch viele kleine Fehler passieren können, die dann auch direkt bestraft werden. Also dass beispielsweise auch die schnellste Amerikanerin ihre Fehler machen kann und dadurch das Rennen dann doch immer auch sehr offen ist. Jetzt bei der WM in Doha war es doch so, der Ortega ist eigentlich gestürzt und hat dann am Ende aber auch noch als zweiter Mann die Bronze, also es gab dann zwei Bronze-Medaillen. Das war, glaube ich, eine ganz spezielle Situation, aber auch wahrscheinlich so nur im Hürdensprint möglich. Ja, es ist auch schwer dann zu entscheiden, okay, hat er jetzt dadurch einen Nachteil, gab es da Berührungen? Klar, Hürdensprint ist halt auch immer so ein bisschen Kontakt über der Hürde gerne mal, je nachdem wie mittig man in der Bahn läuft oder auch nicht. Da hat über der Hürde einfach super viel auch mit den Armen passiert und ja, da ist es schon sehr spannend dann immer. Und du hast auch vorhin angesprochen, dass es ja nicht nur die Schnelligkeit ist, sondern auch die Technik zwischen den Hürden. Ich könnte mir das vorstellen, angenommen, du wirst in der Saisonvorbereitung schneller, gibt es dann auch so Momente im Rennen, wo man sagt, okay, jetzt muss ich die Technik auch irgendwie anpassen. Ich bin schneller, ich laufe schneller an die Hürden ran oder zwischen den Hürden, dass dann auf einmal viel Wert mehr auf Techniktraining gelegt werden muss. Also ich sage mal, die Schwierigkeit liegt eigentlich wirklich darin, die Schnelligkeit, die man nebenbei ja auch trainiert, mit der Technik zu kombinieren. Wie du sagst, also wenn ich beispielsweise jetzt auf einmal im Schnelligkeitstraining oder im Sprinttraining viel schneller geworden bin, dann muss ich das im Hürdentraining natürlich auch umsetzen können. Und darin liegt so das Knifflige, sage ich mal, am Hürdentraining, dass man das zusammen hinbekommt. Weil wie du sagst, dann kommt man mal zu nah an die Hürde, dann tritt man in die Hürde rein und auf einmal passieren dann eben Fehler. Bei wem trainierst du denn dann heute eigentlich? Und trainierst du alleine oder trainierst du in einer Gruppe? Also ich trainiere aktuell bei Rüdiger Haxen in Mannheim und das schon seit 2014, 2015 und trainiere hier zusammen mit Lisa Mayer, mit Nadine Gonska und mit der Hanna Merkenthaler. Wir sind dadurch eigentlich eine super gemischte Gruppe, was sehr schön ist, weil selbst wenn wir nicht die gleichen Trainingseinhalte haben, so ziehen wir uns ja dann doch immer gegenseitig mit und das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Und ab und zu auch mal eine 400 Meter Tempoeinheit mit Nadine zusammen oder? Nee, eher nicht. Ich leide oft mit ihr und auch mit der Hanna, aber ja, so weit kam es noch nicht. Also bei Tempoläufen ist es schon eher so, dass ich mit Lisa zusammen was mache und selbst, dass das manchmal schon, je nachdem, was sie für Läufe machen muss, schon ein Tick zu weit für mich. Aber du würdest schon oder würdest du schon sagen, dass du von dieser Gruppenkonstellation profitierst, weil ihr habt ja alle in verschiedenen Bereichen eure Stärken und wahrscheinlich auch die gleichen Ziele. Genau, ja, absolut. Also wir ziehen uns halt dadurch dann auch irgendwo immer gegenseitig mit. Also beispielsweise sind jetzt bei mir wirklich Tempoläufe jetzt nicht das Superspitzentraining, aber es gehört eben dazu. Dafür ist es, sage ich mal, für die 400 Meter Läuferinnen gehört es eben zu deren Tagesgeschäft, sage ich mal. Dadurch können die mich bei solchen Einheiten mehr mitziehen als bei einer anderen. Wo setzt ihr im Training die Schwerpunkte? Also Schnelligkeit, Technik, Rhythmus ist ja auch ein wichtiger Punkt beim Hürdensprint. Also Hauptfokus ist schon das Hürdentraining und da halt besonders die Technik. Und ansonsten arbeiten wir halt natürlich wirklich auch parallel an der Schnelligkeit, aber auch Krafttraining und die Tempoläufe, also Richtung Sprintausdauer. Hast du da ein Beispiel, wie ihr an der Technik arbeitet? Grundsätzlich machen wir das immer recht spielerisch, was dann auch immer ganz schön ist, weil es einfach nicht langweilig wird. Also sei es von verschiedenen Rhythmen, also man kann die Hürden im Einerrhythmus machen, man kann einen Dreierrhythmus machen, aber auch einen Fünferrhythmus. Dann kann man mit den Höhen spielen, mit den Abständen. Also da gibt es eigentlich ziemlich viele Variationen. Also im Prinzip, du weißt nie, was auf dich zukommt im Training, wenn es um die Technik geht. Da lässt sich der Trainer immer wieder was Neues einfallen? Ja, ist immer unterschiedlich, aber das ist ja auch das Spannende dann daran. Und wie häufig trainierst du in der Woche? Also aktuell ist es so sechs bis acht Mal die Woche, kommt natürlich immer auf die Trainingsphase an. Aber jetzt so, wo wir wieder im Aufbau zum Sommer sind, ist es sechs bis acht Mal. Wie habt ihr das Training dann über die Woche aufgeteilt? Bei sieben Einheiten, acht Einheiten hast du auch einen Tag frei oder trainierst du wirklich sieben Tage die Woche? Also grundsätzlich ist der Sonntag bei uns immer frei und ansonsten aktuell trainieren wir montags und dienstags zweimal am Tag. Und die restliche Woche dann einmal. Aber das kommt dann auch immer auf die Trainingsinhalte an. Wo siehst du deine größte Stärke über die 100 Meter Höhen? Tatsächlich würde ich sagen, es ist bei mir die Grundschnelligkeit, die ich da irgendwo mitbringe, sage ich mal. Und in welchen Bereichen willst du dich in den nächsten Jahren noch weiterentwickeln? Also das ist bei mir die Technik, weil da einfach wirklich noch einige Fehler liegen vom Take-off, also Absprung in die Hürde, als auch bis zur Landung. Und die Flugzeit über der Hürde, da ist noch ziemlich viel Potenzial bei mir. Die ist zu lang? Ja, genau. Also meine Überquerung dauert einfach zu lange und das fängt wirklich vom Take-off, also vom Absprung schon an, dass dieser Absprung einfach schon zu zaghaft ist, sage ich mal. Zu wenig Input kommt und dadurch einfach die Flugzeit dann sehr lange ist. Okay, wie lang ist die Flugzeit? Das weiß ich gar nicht genau. Okay, aber da ist im Prinzip… Also wir bekommen immer Auswertungen, aber ich kann es dir jetzt so aus dem Kopf gar nicht. Und da ist im Prinzip so der Einfaktor, dass du im Prinzip mit mehr Druck abspringst, kann man das so sagen, um dann ja einfach da schneller die Hürde dann zu überqueren, um dann den nächsten Schritt machen zu können. Also es sind wirklich super viele Kleinigkeiten, die einfach passen müssen. Der Abdruck muss unter dem Körper, sage ich mal, passieren. Man muss sich unter dem Körper Schwerpunkt treffen und, sage ich mal, das Bein nicht vor sich stellen. Dadurch wirklich kommt mehr Input in die Hürde. Man kann sich besser in die Hürde legen sozusagen oder die Hürde auch einfach dadurch viel besser attackieren. Und ja, dann ist man schneller wieder am Boden und kann auch schneller wieder zur nächsten Hürde wegrennen. Und bei zehn Hürden summiert sich das natürlich, wenn das einfach ein bisschen langsamer ist. Ja, da reichen ja dann schon, wenn du bei jeder Hürde ein, zwei Hundertstel verlierst. Das ist dann gerade im Hürdensprint gefühlt manchmal am Ende noch entscheidender als im 100-Meter-Sprint. Also da sind die Ergebnisse ja oft noch enger. Wie arbeitet ihr dann im Training daran? Also nutzt ihr da Technik, Videoaufzeichnungen, dass du dir das besser visualisieren kannst oder wie geht ihr das an? Ja, also im Hürdentraining arbeiten wir schon sehr viel mit Videoaufnahmen, einfach auch damit ich dann nochmal mich selbst sehen kann und sehen kann, okay, wo, in welcher Phase mache ich jetzt was falsch oder eben auch richtig. Und ansonsten arbeiten wir da wirklich sogar auch mit einer Mentaltrainerin daran, diese ganzen Abläufe zu visualisieren beziehungsweise, ja, irgendwo mental sich immer wieder vorzustellen, um da einfach auch eine Routine reinzubekommen. Also, dass du dann mit einer Mentaltrainerin oder einem Mentaltrainer bestimmte Übungen durchgehst und dass du das, ich sag mal, als Trockenübung zu Hause machst oder auch im Training. Oder halt auch mal wirklich vor einem Wettkampf dann. Ach, tatsächlich auch vor einem Wettkampf? Gehst du dann da das ganze Rennen durch oder nur bestimmte Bereiche? Unterschiedlich, aber grundsätzlich habe ich wirklich einen Ablauf, einen, sag ich mal, perfekten Lauf, den ich wirklich von Start bis ins Ziel einmal durchgehen kann, visuell im Kopf, ja. Neben dem Sport, habe ich in meinen Recherchen herausgefunden, studierst du ja auch noch. Wie schaffst du es denn, das alles unter einen Hut zu bringen? Also, du hast eben gesagt, sechs bis acht Trainingseinheiten in der Woche, da kommen ja auch noch Trainingslager dazu. Eine Wettkampfsaison ist immer relativ lang, mal Sommer wie Winter. Wie schaffst du es, ja, nebenbei noch zu studieren? Also, ich habe mein Bachelorstudium schon abgeschlossen. Das war aber ein Fernstudium und dadurch war es einfach, war ich da flexibler, neben dem Training mein Studium zu absolvieren. Ich hatte schon auch Präsenzphasen an der Uni, aber ja, ich konnte mir ansonsten das Zuhause so legen, wie ich wollte, sag ich mal. Aber es erfordert auch so ein bisschen Selbstdisziplin natürlich. Man muss sich auch mal selbst in den Arsch treten, sag ich. Und das auch durchziehen, dann zwischen den Trainingseinheiten zu lernen, wenn es eben sonst nicht geht. Aber das war ansonsten durch dieses Fernstudium wirklich gut machbar. Was hast du studiert? Internationales Management, habe ich gemacht. Und ich möchte auch schon gerne im Herbst noch ein Masterstudium anfangen. Einfach, weil ich schon merke, dass ich so neben dem Sport, neben dem Training noch was anderes für den Kopf brauche. Also quasi als Ausgleich, dass du dich nicht zu sehr dann auf den Sport konzentrierst. Genau. Was machst du eigentlich für deine Regeneration? Das ist eigentlich auch sehr breit gefächert, also von den normalen Therapiemöglichkeiten von Physio und Arzt bis hin zu Sauna, aber auch gerne mal einfach nur in die Badewanne legen, ein Buch lesen, Yoga oder meditieren. Das sind so eigentlich die üblichen Tools, die man sich dann so zwischen den Trainingseinheiten zurechtlegt. Und in den vergangenen Jahren warst du ja auch bei vielen nationalen und internationalen Wettkämpfen dabei. Wie sehen denn bei dir die letzten Stunden vor so einem wichtigen Wettkampf aus? Je nachdem, wann der Wettkampf stattfindet, aber wenn die meisten Rennen sind ja schon eher gegen Abend, dann ist es schon so, dass der ganze Tag eigentlich relativ ruhig ist mit dem Spaziergang, vom ganz normalen Essen gehen bis hin wirklich im Bett liegen und Abläufe nochmal durchgehen. Und dann aber auch kurz vorm Wettkampf wieder eine Motivationsmusik rauspacken, um sich so ein bisschen zu pushen. Hast du da eine Playlist? Ja, also selbst so eine Playlist erstellt, ja. Top drei, die Top drei Lieder? Ah, also was ich wirklich am liebsten höre, ist Kul Savas, also Deutschrap oder Iki Azalea, weil das mich so ein bisschen pusht. Kul Savas für die Vorbereitung auf dem Wettkampf. Und dann, wenn du dann, ich sag mal, wirklich in der Vorbereitung bist für den Lauf, die Koordination, ist das immer im Prinzip auch das Gleiche, dass man quasi sagen kann, das ist ein Ritual, die Übung im Sprint ABC, die muss immer mit dabei sein oder die mache ich auch, diese Übung mache ich immer tatsächlich als erstes in der Aufwärmphase und dann die nächste. Oder mischst du das dann komplett, dass du jedes Mal so ein bisschen nach Gefühl andere Aufwärmübungen machst? Also grundsätzlich läuft das schon eigentlich immer sehr routinemäßig ab, ähnlich das Warm-up wie auch im Training. Je nachdem, wie man sich an dem Tag fühlt, dann kommt noch eine Übung mehr dazu oder man lässt mal eine weg, weil man einfach merkt, oh, es reicht, ich bin jetzt gut warm. Aber ansonsten läuft so dieser Warm-up von einem Wettkampf eigentlich auch immer sehr gleich ab, ja. Und wie wichtig ist eigentlich Erfahrung bei solchen Rennen? Also würdest du sagen, das hat dir über die Jahre auch einen gewissen Vorteil verschafft? Ja, schon absolut. Also gerade bei Hürden ist es doch auch irgendwo, ja, eine Erfahrung, einfach viele Wettkämpfe zu machen, da so ein bisschen abgehärtet zu sein, sage ich mal, gegen einfach jede Situation, die kommen kann. Und ja, das bauscht sich so über die Jahre, baut man sich das als Athlet ganz gut auf, diese Erfahrung, die man einfach durch verschiedene Wettkämpfe, auch international, was einfach immer nochmal eine ganz andere Situation ist, sich da einfach so ein Erfahrungsrepertoire, sage ich mal, zusammenzusammeln, das tut schon ganz gut. Hast du da einen Wettkampf im Kopf, bei dem du dann gesagt hast, okay, zum Glück war das jetzt hier nicht einer meiner ersten Wettkämpfe, sondern ich habe hier so ein paar Erfahrungen schon dabei, so ein paar Asse im Ärmel, die ich jetzt hier ziehen kann? Ja, also ganz spontan fällt mir jetzt sogar wirklich die Hallen-Europameisterschaft in Belgrad ein, 2017. Da war so ein bisschen das Phänomen, dass es da super viele Fehlstarts gab, weil dieses Startsystem so einen kleinen Fehler hatte. Und wir im Finale, ich weiß es nicht mehr genau, aber bestimmt fünf Startversuche hatten. Und immer wieder zurückgepfiffen wurde, zurückgeschossen wurden. Okay, also diejenige musste dann nicht aus dem Rennen raus, sondern es gab einfach ein Problem mit der Technik. Genau, es gab Probleme mit der Technik, beziehungsweise ich glaube, zwischenzeitlich hieß es auch mal, es soll eine gehen, aber diejenige hat sich dann auch gewehrt, weil sie wusste, das kann jetzt irgendwie nicht sein. Ja, und das war dann irgendwie ganz spannend, da diese Spannung zu halten, sich da nicht rausbringen zu lassen und zu sagen, boah, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt gehe ich wieder. Und da trotzdem sein Ding, sage ich mal, durchzuziehen, das hätte ich vielleicht ein paar Jahre vorher so auch nicht machen können. Weil fünf Startversuche, das ist schon extrem. Also ich sage mal, bei einem oder zwei, das ist dann schon anstrengend, nicht nur für den Körper, sondern auch für den Kopf. Also vielleicht waren es auch nur vier, aber es war auf jeden Fall echt heftig und sehr außergewöhnlich, sage ich mal, wo einfach jeder Athlet sich mit dieser Situation konfrontiert gesehen hat und damit zurechtkommen musste. Dann kommen wir jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da ist auch die erste auch wieder auf den Wettkampf bezogen. Was war denn bisher dein größter Wettkampf? Also es muss nicht der erfolgreichste gewesen sein, sondern der, an den du die schönsten Erinnerungen hast. Also es war tatsächlich auch der erfolgreichste. Es war die Europameisterschaft 2018 in Berlin. Ja, was einfach ein unbeschreibliches Gefühl war, in diesem Heimstadion, sage ich mal, zu stehen, vor diesem Publikum, vor dieser Stimmung rennen zu dürfen und das Ganze so aufzusaugen und da dann auch wirklich seine beste Leistung abzurufen. Das war so was ganz Besonderes bisher. Und hast du da noch so einen Moment in Erinnerung, der sich besonders bei dir eingebrannt hat? Es war wirklich, glaube ich, das Gefühl nach dem Halbfinale, als ich wusste, das war jetzt schon ein ganz guter Lauf und dann musste ich aber noch zittern, bevor ich wusste, ob ich im Finale bin oder nicht. Und ich weiß, dass dann auch die Stimmung im Stadion so ein bisschen komisch war, weil es wurde natürlich auch durchgesagt. Und als dann bekannt war, dass ich im Finale bin, hat man das auch an den Zuschauern gemerkt. Und ja, das war einfach ein ganz tolles Gefühl, auch zu merken, dass die Leute so hinter einem stehen und da so mitfiebern. Das war auch damals so, da gab es diese Hot Seats, glaube ich, dass man im Prinzip dann auch irgendwo Platz nehmen musste, wurde auch gefilmt. War ganz schrecklich. Musste abwarten, wie die anderen Läufe so sind. Da stelle ich mir unglaublich anstrengend vor, die Situation. Waren nicht die schönsten Minuten, sage ich mal, oder sehr, sehr aufregend auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite dein bisher schwierigster Wettkampf, an dem du am längsten zu knabbern hattest? Ach, so einen Wettkampf direkt gab es da jetzt, glaube ich, gar nicht. Natürlich sind immer mal schlechtere Wettkämpfe dabei. Das gehört irgendwie dazu. Ich muss sagen, dass das letzte Jahr einfach aufgrund meiner Verletzung oder Beschwerden nicht so leicht war. Aber auch das gehört eben zur Sportlerkarriere dazu, diese Jahre zu überstehen und dann natürlich auch irgendwo stärker wieder hervorzukommen danach. Hat dir die Situation von Lisa auch so ein bisschen Kraft und Mut gegeben? Weil Lisa hatte ja auch schwierige Jahre hinter sich. Und ich glaube, da wart ihr ja so ein bisschen jetzt in einem Boot, dass ihr euch da gegenseitig unterstützen konntet. Ja, auf jeden Fall. Also natürlich ist es immer schön zu sehen, wenn irgendwo der Austausch da ist. Ich sage mal, es ist nicht schön, wenn man sieht, dass jemand anderes in der gleichen Situation ist. Aber zumindest kann man, wie du sagst, sich da irgendwie gegenseitig so ein bisschen wieder hochpushen und sagen, komm, weiter geht's. Wir greifen neu an. Und das ist dann halt gerade in so einer Trainingsgruppe wirklich unheimlich viel wert. Was wäre denn so ein Trainingsinhalt, auf den du auch gerne verzichten könntest? Aber du weißt, okay, das ist einfach wichtig für die Hürde, deswegen mache ich's. Das wären sogar tatsächlich Sprünge. Okay. Die ich natürlich auch für die Hürden brauche, in denen ich aber leider nicht so gut bin. Und ja, ich sage mal, dadurch macht es nicht immer so viel Spaß. Welche Arten von Sprünge? Hürdensprünge oder Chabakis oder Sprungläufe oder einfach alle Arten von Sprünge? Einfach alle Arten von Sprünge. Bei mir waren es tatsächlich immer die Sprungläufe. Ich habe in den 13 Jahren nicht begriffen, wie diese Übung tatsächlich funktioniert. Ich wurde mit jedem Sprung langsamer. Und eigentlich sollte man ja zumindest mal das Tempo halten. Deswegen, da kann ich das auch gut nachvollziehen. Und auf der anderen Seite, die Trainingsinhalte, die du besonders gerne machst? Das sind schon die Hürden. Einfach, weil man es so spielerisch, sage ich mal, gestalten kann. Weil, wie ich vorhin schon erzählt habe, wir immer mal wieder was anderes machen. Und dadurch wird es einfach nie langweilig. Dann kommen wir jetzt schon zur letzten Frage. Und die ist immer, was würdest du jungen Athletinnen bzw. Athleten oder deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben? Das wäre eigentlich hauptsächlich wirklich den Spaß nie zu verlieren an der Sache. Sich kleiner, aber natürlich auch große Ziele zu setzen und dankbar zu sein für das, was man hat und was man alles machen kann. Ylada, vielen Dank für dieses Interview. Danke auch. Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.